Hallo ihr süßen Süßlinge! Ich wollte mal kurz auf was aufmerksam machen, weil ich bin der Geschichte gerade selber auf den Leim gegangen. Ich weiß nicht, äh, 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 geht's euch manchmal auch so? Ihr habt eure Abos so laufen? Ist wahrscheinlich individuelle Einstellungssache, aber ich höre es manchmal auch im Auto und so und auf einmal höre ich da das Audio, ich so, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Was redet der Haikoländer? Ja? So, Herrgott, was ist da denn jetzt schon wieder passiert? Das Drama geht weiter, oder was? Da hat der Filmfreak Marcelo, äh, nicht Filmfreak Marcel, da hat der Filmfreak Marcelo wohl einen Kasper verschluckt und hat ein bisschen mit der Audio von dem Heiko rumgespielt. Aufgrund der angespannten Lage kann das natürlich zu Missverständnissen führen. Muss nicht, kann aber. Ja, und in Zeiten von Deepfakes und Fake News, äh, wollte ich nur sagen, ein bisschen Obacht. Der Heiko hat das auch sehr zeitnah klargestellt. Fand ich sehr gut. Er hat weiterhin, äh, Kontakt und er kriegt auch bald ein Paket geschickt, weil ich das richtig verstanden hab. Ist jetzt nur so ein Bauchgefühl, äh, also Heiko, ist jetzt nur so ein Bauchgefühl, vielleicht solltest du dann auch ein Unboxing machen und hochladen. Äh, ich, ich hab irgendwie das Feeling, das könnte die Wogen etwas glätten. Ja, wollen doch nur kurz Bescheid geben, äh, äh, dass hier der Filmfreak Marcelo da so ein bisschen mit der Audio rumspielt. Ja, das war's auch schon. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Startenswochenende. Ciao. Ciao.